Eine natürliche, aber dennoch attraktive Wange, das ist der Wunsch vieler junger Patientinnen, die zu uns kommen. Und hierzu haben wir die richtige Dosierung, damit es am Ende harmonisch zum Gesicht passt. Ich denke, man kann das hier sehr schön sehen, dass die natürliche Wangenaufbau eine schöne Kurve in sich hinlegt, sodass das Gesicht dann noch attraktiver erscheint und das war auch der Wunsch dieser Patientin, die wir jetzt zur Zufriedenheit gelöst haben sollten.